So Freunde, heute ist es wieder soweit. 20, 20, 30 geht's los im Livestream. Ganz allein mit mir, aber noch mit vielen anderen Menschen. Also mit euch natürlich, aber auch im Spiel mit vielen anderen Menschen. Und das Schönste ist, wir können sie steuern, wir werden sie kreieren. Wir werden die Weltherrschaft mit ihnen an uns reißen. Wir werden vielleicht Sex haben, ich weiß es nicht. Vielleicht schon heute, vielleicht beim nächsten Mal, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir einiges schaffen. Wir werden unsere eigene kleine Welt erschaffen. Und ihr bestimmt, wie diese Welt aussehen soll. Wie die Menschen aussehen sollen. Und was für Charakter sie haben sollen. Ihr wisst wahrscheinlich, worum es geht. Ich sag's trotzdem nicht. Ihr werdet's dann nachher sehen. Ich freu mich auf euch. Bis später im Livestream auf Twitch.tv Slash TheKikste